hey hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge von rocket league hier auf totally nuts und wir machen gleich mal vielleicht das tor nein wir machen es nicht und damit herzlich willkommen wie gesagt wir spielen heute mal ein bisschen mit der webcam ich habe mir gedacht ja warum eigentlich nicht mal auch ein bisschen mit face und wir werden das ganze heute mal ein bisschen peppiger gestalten und zwar werde ich auch ein bisschen cut setzen und ein bisschen das ja zackiger machen und so ein bisschen die highlights rauskramen während hier die gegner irgendwie alle am ball vorbeispringen warum auch immer vielleicht haben sie spaß daran wer weiß und wir werden wie gesagt das ganze ein bisschen knackig zackig machen und ich hoffe das gefällt euch und wenn ja könnt ihr gerne einen daumen nach oben da lassen und dann machen wir das in zukunft weiterhin so jetzt aber erstmal den ball hier aus der gefahrenzone bringen wie gesagt ich werde ein bisschen schneiden und ihr seht dann quasi die highlights aus den jeweiligen spiel oder es könnte ein tor werden wenn der gegen das nicht checkt aber er hat es gecheckt okay unser erstes tor wir müssen noch ein bisschen drauf warten aber das war schon mal die erste gute aktion heute mal schauen was noch so kommt und da ist er 2 zu 0 wunderschöne vorarbeit hier vom team kollegen so gehört es und 2 zu 0 also das spiel werden wir auf jeden fall gewinnen hoffen wir dass wir auch so gut dran anknüpfen können und dann läuft es 3 0 selbst vorgelegt und schön gemacht hier oben mit rolle entlang und dann jubi klassisch ausgespielt cooler 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 immanuel kann kann nichts machen er war zwar ein sehr weiser mann aber den ball kann er nicht verhindern 3er pack oh ja so läuft das hat trick hier vorgelegt alle dran vorbei und dann mache ich ihn als selbst und sie gehört durch aufgabe ok und wertvollster spieler erstes spiel wunderschön wunder wunderbar und in diesem sinne würde ich sagen suchen wir ein neues spiel und hoffen wir auf ein paar weitere coole highlights und wir sehen uns gleich wieder 9 doch warte knapp was passiert hier uiuiuiui nicht ganz so zurück mit einem neuen spiel und wir spielen mit boom rada rada geiler name also die award for best nickname on the world goes to boom rada rada kann man sich so nennen aber es hat ultimativ viel stil einfach nicht schlecht das ding dieser bessert es echt auf ihr schaut euch das mal an der schlawiner vorbei gekegelt 2 1 nehmen wir mit jetzt mal schaut euch mal das tun ja gut was also großer shoutout an bass das ist großes kino schaut euch mit den schuss an alter schwede hat gemacht dass ein gegner könnte ich meine was 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 nein jawohl dieser teammate wunderschön so wusste es oh der ist nicht schlecht, der ist nicht schlecht, der ist denn, yes man, da ist er danke teammate ja unfreiwillig vorgelegt vom gegner perfekt und dann rollt er, rollt er, rollt er und drin der hätte ich so fast ausgespielt mit irgendeinem random bug aber so kann ich sie nochmal ausspielen das zweite jawohl jawohl, dreierpack, drei schüsse, drei tore, so muss das ja schauen wir nochmal drauf bam bam und drin oh, ärgerliche niederlage, naja gut jetzt machen wir mal schluss liebe leute und damit würde ich sagen sehen wir uns das nächste mal wieder zu einer neuen, folge von rocket League, also schaltet rein und best dahin, Leute tschöt tschöt